Am Freitagabend, dort in der Nacht, 23.15 Uhr, wurde sie von Angehörigen vermisst. Sie hätte zu dieser Zeit eigentlich schon längst daheim sein sollen. Sie war auf dem Weg von ihrer Arbeitsstelle in Reichenbach nach Blochingen. Den Weg legt sie üblicherweise zu Fuß zurück. Und sie kam dort nicht wie sonst nach 20 Uhr oder zwischen 20 und 21 Uhr an. So wurde die Frau als vermisst gemeldet. Und schon in der Nacht wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Mit Redungshundestafeln, mit Flächessuchhunden, mit einem Polizeihubschrauber, mit Mähntrailerhunden und natürlich auch zahlreichen Streifenwagenbesatzungen. Die Suchmaßnahmen führten aber zunächst nicht zum Erfolg. Es gab keine Spur von der jungen Frau. Die Suchmaßnahmen gingen gestern weiter. Man hat mögliche Hinwendungsorte überprüft und hat sich dann auch nochmal entschlossen, das Gebiet zwischen Reichenbach und Blochingen nochmal systematisch mit zahlreichen Einsatzkräften nochmal zu durchsuchen. So kam es dann gestern Abend um 19.30 Uhr zu einem Hinweis von Passanten. Die Suchkräfte der Feuerwehr auf ein Grundstück mit einer Hütte aufmerksam gemacht haben, wo sie wohl schon einen Mann gesehen haben. Und die Einsatzkräfte haben dann dieses Grundstück gezielt überprüft. Und sie konnten dann durchs Fenster die Frau erkennen, die dann durch das Fenster flüchten konnte und sich ins Freie retten konnte. Und so konnte sie in Sicherheit gebracht werden. Der Täter wurde festgenommen, kurze Zeit nachdem die Frau in Sicherheit war. Er war wohl offensichtlich geflüchtet, als er die Suchkräfte der Feuerwehr gesehen hat. Und Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn dann südlich der B10 auf einem Feldweg stellen und festnehmen. Zuvor hatte er sich noch mit einem Messer selbst eine Verletzung beigebracht. Er wurde dann im Krankenhaus behandelt, konnte aber heute Morgen entlassen werden, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Haftrichter des Amtsgerichts Esslingen vorgeführt. Und dieser hat den Mann in Untersuchungshaft genommen.